Geist euch Leute und herzlich willkommen zurück bei Amnesia The Dark Descent Custom Story Cannibalism. Genau, wir wollten das letzte Mal diese Tür hier öffnen. Boah, habe ich gerade ein bisschen Schiss vor. Meint, hier ist doch noch ein Kamin, vielleicht ist da irgendein Schlüssel? Nee. Meint, da war doch... Nee. Habe ich mich nur verguckt. Sehr gut. Da ist auch nichts. Oder da ist zumindest momentan noch zu. Dann werden wir hochschauen. Okay. Auch zu. Okay, das heißt, wir können hier noch gar nicht hin. Oder hier ist irgendwo ein Schlüssel versteckt. Nee. Boom. Okay, wo kann... Es wurde mal gesagt, in am Kamin. Aber in am Kamin, das wird doch auffallen. Relativ fast. Meint, habe ich eh noch... Gleich kein Null mehr. Also, versuch mal. Haben wir doch irgendeinen... Nee, wir haben keinen Schlüssel mehr und nix. Hier waren wir auch schon und haben alles abgesucht. Da nix, da nix, da nix. Im Schrank war auch nix. Moment, vielleicht da drunter. Nö. Wo geistiger Zustand ist, schon ein bisschen im Arsch. Gut, lassen wir uns hier mal wieder reg'n. Okay. Ja, ich mag hier weg. Hier ist... Da ist auch nix drin, okay. Okay, dass innen ein Blumentopf was ist. Könnte sein... Nö. Nö, 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 nö. Nein, 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 nein. Da ist doch gar nix. Wo ist hier noch was? Das kann man nicht abnehmen. Hört man doch irgendwas. Vielleicht so? Nö. Mist. Aber hier ist auch kein Kamin oder so. Da scherzt's nur raus. Hm. Es scheint nach draußen zu sein. Hier ist auch nix, gell? Nö. Verdammt. Verdammt, ich doch. Wo ist hier etwas? Da kann... Ich versuch jetzt auch mal die Gemälde abzunehmen. Aber ich mein, das kann doch auch nicht der wahrhafte Schlüssel sein. Oder? Oder? Nochmal hier in dieser Monsterküche nachgeschaut. Weil das hier ist halt auch noch ein Ofen, wo ich's mal gut vorstellen könnte. Moment. Na, okay. Hm. Das hier ist alles schön und gut, aber... Halt nicht hilfreich. Eventuell das da... Nö. Wenn mir das unter dem Brot was ist, glaube ich auch nicht. Ne, das ist doch alles... ...falsch. Mist. Wo zum Teufel... Kann das denn sein? Moment. Da ist doch was, oder? Ne. Ne, Tür mal schließen. Ne, da ist nix. Auch nix, auch nix. Die lassen sich überhaupt nicht verstellen. Ja, ganz toll. Dass ich hier etwas über... Wenn der jetzt da drin liegen wäre, dann hätte ich mir sowas von in Ohr spissen. Moment, hier ist noch ein... Z... Ne, das können wir gar nicht lesen. Okay. Okay, da ist auch nix. Da ist auch nix. Ach, da ist nichts drinnen. Schade. Den Schlüssel hier haben wir aber geholt. Ja, na klar. Und da drunter war auch nix mehr. Da war nur das Kreuz. Okay. Also weiter. Weil da... Da ist auch nix. Ne, ich weiß es jetzt echt nicht gerade. Und... Da lang. Komm schon. Herschieben. Sehr gut. Ja, ich versuche jetzt, wie gesagt, noch mal überall... Da hier. Eventuell. Irgendwo. Na, hier ist... So etwas. Aber... Wo sollten wir das reingeben? Ich meine... Sonst würde ja noch kein wirkliches Rätsel auferlegt. Okay, hier ist es aber auch nicht. Ne? Nein, einfach... Hier ist nichts. Verdammt. Da drin ist auch nur ein Dreck. Dass man nicht einmal aufheben kann. Hey, lass mich raus. Sehr gut. Tja. Wir haben auch nix mehr, um was aufzumachen. Also... Man steht denn irgendwas in unserem Journal. Notizen ist es definitiv nicht. Tagebücher? Auch nicht. Mementos? Auch nicht. Verdammt. So. Hier ist ja noch ein Kamin. Aber hier ist der auch nicht drinnen, dieser Schlüssel. Das ist ein Blasebalg. Oder das mit etwa... Ne, man kann den nicht einmal anklicken, okay? Ah, da ist aber nix. Das ist jetzt doof. Da... Was? Ne, man kann den... Moment, die D. Ne, ich dachte nämlich, dass der eventuell in so einer Vase drin ist. Aber ich glaube, das kann man eigentlich einmal machen oder so. In der Uhr? Ne, in der Uhr. Die Uhr kann ich nicht benutzen, soweit ich mich... Hier ist aber auch nichts. Hier haben wir auch alles durchgeschaut. Ne, hier ist einfach gar nichts. Hier ist nichts. Moment, Kerze mal anziehen. Moment, hier ist gar keine Kerze. Also, Moment, hier ist noch ein Kamin. Key to Sella! Okay. Ich will nichts gesagt haben. Er ist im Kamin gewesen. Schon lustig, gell? Tja, das war dann, würde ich mal sagen, eine relativ fehlige Folge. Wo ist nochmal der Keller? Der müsste theoretisch... da sein. Ob hier noch was? Ne. Aber der eine Kamin, den habe ich genau ausgelassen. Okay, dann würde ich mal sagen, begeben wir uns das nächste Mal in die tiefsten des Kellers. Bis zum nächsten Mal, Amnesia. Und ja, die Parts sind absichtlich so kurz, weil ich mich sonst zu dose erschrecke. Jede Folge. Diesmal war es recht ruhig, aber diesmal war es halt auch eher ein Fail-Part. Also, halb optional. Auf jeden Fall. Aber wer den Schlüssel nicht findet, kann das vielleicht verwenden. Bis zum nächsten Mal, bei Amnesia, dem Kurzprojekt.